Freitagabend Das kann ich immer noch nicht so ganz fassen Aber ich muss es hinnehmen Ich hatte einmal, das habe ich am Mittwoch gesagt Einmal dagegen gehalten, lag 50 Punkte vorne Dreh mich rum und dann wird er zum Einstand gestoppt Seitdem habe ich Die ganze Bewegung hier Ich war zu feige zum Kaufen, gebe ich ganz ehrlich zu Das erschließt sich mir hier Nach wie vor nicht ganz Warum Deutschland auf einmal so viel besser läuft Dass der DAX so viel besser läuft Als alles, was es im Umfeld gibt Inklusive Amis, inklusive Asien Ich kann das nicht ganz greifen Aber es ist so Ich durfte mich nicht dagegen stellen Erst seit heute habe ich, da gehe ich nachher drauf ein Habe ich ein paar Putz Weil das ist mir dann jetzt doch zu viel Aber das ist nur ein Eindruck Vom Chart her Die Bänder gehen weiter auf Das ist heftig, das ist viel Das ist viel steiler als sowas hier zum Beispiel Dass der Bewegung nach oben Entgegengesetzte Band Das macht noch nicht mal den Anschein Den Versuch einer Stabilisierung Oder eines Eindrehens Das heißt, von hier ist das Momentum immer noch da Die Kerze von heute ist keine schöne Eingangskurs gleich Ausgangskurs Langer, langer Docht Das ist ein Inverted Umbrella Doji Ja, aber er ist außerhalb des Bandes Das heißt, wäre der jetzt nicht wieder reingegangen Dann wäre es richtig böse gewesen Aber so ist das einfach nur mal ein Naja, ich nehme mal ein paar Gewinne mit Gewinne mitnehmen Also wenn ich mit 10 Leuten spreche Sind 2 Long, 3 nicht dabei Dazu zähle ich mich Und 15 Short Ja, also da ist nicht viel mit Gewinn mitnehmen Von der Masse Ist es nicht Das ist kein von der Masse getragene Bewegung So, von gleitenden Durchschritte nach oben gerechnet MACD weiter positiv Hoch, aber weiter positiv Auch hier nicht Den Anschein eines Ja, Stabilisierung auf hohem Niveaus Gar nichts Dieses Verkaufssignal nehme ich nicht als solches Denn mir ist es egal Wo der hier oben bricht Siehe hier hinten, bestes Beispiel Ich will den unter der 80 haben Das hat er noch nicht gemacht Das heißt, hier ist alles noch in Ordnung Auch wenn jetzt durch diese Kerze hier Das Momentum, sagen wir mal Ein bisschen eingepremst wurde So, gleich auf die 19.000 Ich glaube, dafür fehlt Ihnen der Mut Ich habe hier verschiedene Linien eingezeichnet Da gehe ich jetzt gleich drauf ein Ich fange mit der hier an Das war das alte All-Time-High Aus einem Widerstand Wird eine Unterstützung Da sind wir also hier bei der Da ist es Bei der 18.572 Das ist die erste Unterstützung Jetzt komme ich mal zu den kleineren Linien hier Da muss ich die Zeiteinheit wechseln Jetzt gehe ich auf 4 Stunden Das war das All-Time-High Dieser Punkt hier Da sind wir bei 18.416 Ist für mich die nächste gute Unterstützung Einmal als Widerstand Zweimal, dreimal, viermal, fünfmal gesehen Finde ich ganz gut Ist zumindest ein Punkt Mit dem man mehr machen sollte Und das hier ist das Letzte Woche angesprochene 18.240 Der Versuch eines Doppeltops Der dann hier doch recht fulminant genommen wurde Daher kommen diese Marken Auf 4 Stunden Sicht wird es jetzt ein bisschen weicher Da kann man heute Abend mal drauf schauen Bei um 20 Uhr Wie das dann aussieht Also Ich war bei dieser Bewegung nach oben nicht dabei Gebe ich ganz ehrlich zu Ein Short habe ich besprochen Jetzt habe ich Shorts Und zwar In einem erträglichen Ausmaß Ich habe den hier So eine 19.308 Das sind wir also noch hier oben irgendwo Da Habe ich angefangen Ich habe aber auch den Den ich rausgenommen habe Ich habe den ja hier ersetzt Durch den 19.613er Da war vorher ein 18.918er Davon habe ich mir vorhin auch ein paar hingelegt Aber das ist Hebel 100 Das nenne ich hier nicht Das ist zum Spielen Ja Da weiß ich genau Wenn der Verschütt geht Was es kostet Das ist eine Spieloption Das will ich also jetzt hier keinem empfehlen Aber ich mache sowas Ich stehe auf sowas Hebel 100 Finde ich immer gut Also Ich finde Feiertags geschuldet Die Bewegung Nicht umsatzgerecht Sagen wir es mal so Das heißt aber noch lange nicht Dass wir jetzt hier gleich Hier irgendwie runter gehen Ich glaube auch Dass sehr viele Shorts hier gegrillt wurden Ja so ab dem Bereich 18.570 Glaube ich schon Dass da einige Shorts gelitten haben Ob die jetzt zurückkommen Weiß ich nicht Solche Märkte Die so stark steigen Die fallen nicht so schnell Das heißt Es wird ein paar Tage dauern Bis das überhaupt mal runterkommt Und dann sind das hier Die drei genannten Marken Wo ich zumindest mal dran denke Die Shorts zu reduzieren Aber nochmal Meine Shorts sind so Dass es mir nicht wehtut Und die Katze kriegt trotzdem Ihr Futter in den nächsten Laufenden Tagen Also das Muss ich schon machen Ich Hab normalerweise Wenn ich da irgendwo Schaut bin Hab ich irgendwo Aktien dagegen Tja was hab ich Mercedes Ist völlig für ein Anus Ja also sie wurden dann auch Kurz vor der Dividende Wurden die dann Gestoppt Weil das hat ja überhaupt nichts gebracht Ich habe auch Sixt Aber auch das ist so Sowas von Tod hier unten Da passiert gar nichts Ja ich habe leider nicht das Glück gehabt Eine Siemens Energy gesehen zu haben Oder auch eine Infineon Das ist so Das muss man einfach mal so mitnehmen Also heißt Ich bin hier eigentlich zum Nichtstun Verdonnert Außer dass ich mir jetzt mal ein paar Putz geholt habe Über das Wochenende Mit denen fühle ich mich wohler Als wenn ich jetzt hier noch irgendwelche Korts kaufen würde In der Spekulation Dass der Markt nochmal hat Was weiß ich Zwei oder dreinhalb Punkte hoch geht Aber ich bin hier also Sehr sehr ruhig Von den 10 genannten Leuten eben Bin ich einer der 3 Die fast hier nichts machen Und das ist wahrscheinlich auch das Sinnvollste So Scheine habt ihr gesehen Ich wünsche euch ein Happy Trading Und fette Beute Bye bye